Herzlich Willkommen bei der nächsten Folge von Let's Dance! Äh, nee, warte, Reign of Kings. Ey, wartet mal, ich hab euch gar nicht im Bild. Wird mal von oben, oh ja. Jetzt kannst du noch mal... Let's Dance! Shake it! Shake it! Oh Leute, ihr seid hier gefloppt oder was? Ey, 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 ey! They shall feel my fury! Ey, ich würd ja jetzt am liebsten gerne einfach so als Tanzanlage runterspringen, aber das wär nicht so gut, ne, oder? Wo bist du überhaupt? Über euch, ich gucke von oben runter! Der kleine Kopf! Warte mal, warte mal, warte mal, wink mal, wink mal alle beide! Wie geht das noch mal? Ich glaub auf G. Auf G. Warte mal, jetzt seh ich euch schon wieder. So, ja, das wär so ein Mist. Mach noch mal, mach noch mal, mach noch mal dabei, hier! Hallo! 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 Na, Schluss damit! Na, mal, gibt's denn noch was anderes? Klar gibt's auch was anderes. Ja! Hallo! Na, guck mich zu! Na, guck mal von oben! Guck mich mal von oben an! Guck mich mal von oben an! Komm spring rein! Stupid! Nee! Nee! Nee, ey! Und ist alles passiert! Nimm Essen mit! 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 Ich bin so einer der kurzen Mama! Tust nicht! Tust nicht! Tust nicht! Gott, denn wenn man tanzt, geht man ja meistens ein paar Schritte vor! Oh, nee! Ich bin noch gar nicht so richtig fit, Leute! Warte mal! Hey, cool! Dennis, guck mal! Liegst du da auf dem Boden oder was machst du da? Nee! Ich hab ja grad so'n, äh, so'n High-Five, so, so'n mit Haar, so'n Daumen hoch gezeigt! Nee! Like it! Ich komme gleich! Ich komme gleich! Ich komme gleich! Komm runter, Yoga! Oh, Mann, Leute! Soll ich da wirklich runter springen? Na klar mach ich das! Ich spring auf den oberen Vorsprung und dann geh runter! Ach, Quatsch! Ich springe direkt rein! Aua! Und? Nee! Also... Wie sehr hat's weh? Wie ihr alle guckt, wir sind alle voll idullis, Alter, ey! Ohne Scheiß, aber mag ich auch! You're no much for me! Entfernen! Ich kann gerne Blöcke! Der Bau könnte sich als der größte Fail ever erweisen! Hm, ich glaube, das ist doch schon so weit, also... Ich kann gerne Blöcke entfernen, oh nein! Aber ich kann auf meinen Kamin... Guck mal, da sieht auch was aus, ob ich gerade an den Treppen arbeite, Mario, oder? Äh... Schiehst du das? Fett, finde ich auch, Fett. Eigentlich sieht es aus, als würdest du gerade... Ja, so! Guck dir gerade, ob du es richtig gemacht hast! Ja! Ja! Von hinten noch einen Zentimeter, aber ansonsten solide Scheißarbeit! Sehr solide, wirklich! Das ist wirklich, wirklich solide, ja! Ich finde, wir können stolz auf unsere Schlechtes... Schlechtes... Gebäude... ...ever... 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 ...ever sein! Ja, was heißt hier Schlechtes? Ja, wenn ihr die Maul... Schlechtes... ...verkotzt hättet! Irgendwer, wer war das? Sarah? Nein! Ey, hier ist auch nichts zu essen drin! Warte mal, das ist im Ofen, ne? Ja! Hast du jetzt oben das schon wieder kein Essen mitgebracht? Ey, hallo, das war grad einfach nur voll die, äh... Szene, die ich unbedingt aufnehmen müsste, weil, ähm... Sag einfach ja! Ihr die Folge so begonnen habt, dass ihr getanzt habt und ich hab nichts davon gesehen, weil ich gerade mir Essen holen wollte! Du warst schon wieder oben das nichts zu essen mitgebracht! Hä? Ich werd nicht an! Oh, Chef, ich muss noch mal eine Pause machen! Oh, oh! Kritischer Punkt! Sag mal, ihr baut jetzt weiter und wisst aber nicht, ob wir es... ...einreißen können, wieder... ...sozusagen! Gut! Dann mach ich mit! Ich hab so oder so nur noch vier Blöcke, von dem her... ...doch egal! So... So... Au! Ich hab keine Blöcke, komm her! Ich würde gerne... Oh, ich auch nicht! Haben wir ne Wand! Guck mal, Leute! Wir haben ne Wand! Und ein paar Blöcke, die nicht abgehen! Ja, die noch minimal ein paar Blöcke hätte, ne? Wie viel, was für Blöcke? Äh, um hier die nächste... ...Suche... ...diesen Turm da, oder was das da sein soll... ...oder Skulptur, oder... ...und... ...das kann man gleich wieder einreißen, ey! Ich bin tot! Ich bin tot! Ey, die haben doch auch gedacht... ...was? Ich bin tot! Ich bin von der Wand runtergefallen... ...ja... 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 ...ja, ich... ...ich bin... ...wieder am Leben... ...sehr gut! ...und hol jetzt neuen Clay! Okay, das ist... ...das ist ne echt gute Idee! Und Essen! Also ich hab zwar noch einige Blöcke an Clay... Keine! Und Mario ist auch out of Blöcke! Ich bin sowas von out of Blöcke! Äh... Scheiße! Oh nein, ich kann nicht mehr abreißen! Oh nein! Wir haben jetzt ein Guckloch! Oh nee, man! Da runter, da runter! Wir haben jetzt ein Fenster, okay? Ist das okay für euch? Ja! Fenster sind immer gut! Kann man Pfeile rausschießen! Kann man Pfeile rausschießen! Kann man Pfeile rausschießen! Ja, aber fehlt noch die Treppe, ne? Und sonst kann man da nicht... Oder vielleicht können wir ja einen hohen Bogen durchschießen oder so! Na, Treppen habe ich noch! Ich hole euch Clay! Ey, warum... Mal ohne Witz, warum können wir hier nichts abreißen? Ich versteh's nicht! Eigentlich seit ich das Crest gesetzt habe, geht irgendwie nix mehr! Es ist irgendwie verfagt! Hau mal das Crest weg wieder! Ja, ich wollt's auch grad sagen! Hau's weg und stell's erst wieder hin, wenn wir fertig sind! Da ist so ein kleines Problem! Du kommst nicht ran! Ah doch, ich käme ran! Wir haben's so verkackt! Weil's du's verbaut hast, oder? So, ich hab's wieder eingesammelt! So, das heißt, jetzt geht erstmal 10 Minuten lang überhaupt sowieso gar nix mehr! Und funktioniert? Ja, frag mich mal bitte nicht, wie ich dieses Fenster da wieder... Ah, das sieht da sowieso an der Seite auch so scheiße aus! Versuche erstmal wieder einen Block wegzunehmen! Funktioniert? Das wär lustig, wenn ich von der anderen Seite bauen könnte! Ja, die Blöcke, die ich nicht gesetzt hab, kann ich sowieso nicht wegnehmen! Dann kannst du die Blöcke abreißen? Wieder? Ich... Kann ich dir grad nicht sagen! Wenn ich hier runterspringe, bin ich tot auf jeden Fall! Kann ich nicht ausweisen, die ich gesetzt habe, aber das geht die ganze Zeit von mir schon! Okay, ich sammle jetzt Clay und probier's dann! Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? Was dann? Ich baue mir jetzt einen schönen Steg in den Hals! Bon Appetit! Ich hab Hunger! Ich hab den Ofen geplündert! Will ihr aber... Will ihr aber einen Steg? Nee! Ich hab Hunger! Dennis? Ja? Ich habe! Hübsche Höhe! Hübsche Höhe! Ja, geht, ne? Aber wie komm ich hier wieder runter? Kannst du mir das mal verraten? Na ja, gut! Okay, ich muss bis zum Ende bauen! Ich hab noch... Ich hab noch genug, ähm... Und wenn ich jetzt alles umsonst verbauen? Wir haben nämlich sonst keine Blöcke mehr außer Du hast! Nee, nee! Die Mauer muss schon hin! Wenn wir hier und da wären wir mal ein Fenster noch schön gewesen! Ach so, ein Fenster! Boah, ein Fenster! Ach, Fenster! Ich hab doch ein Fenster eingebaut! Was ist das? Ha! Brauchen wir jetzt nur noch Plattformen bauen! Wie sieht's denn aus mit Stockwerk, Herr Läuter? Ach komm, du würdest es ja nicht übertreiben! Erstmal muss das überhaupt... überhaupt stehen können, das Ding! Ich sehe nur noch Clay! Okay, ich wär jetzt, glaub ich, so eigentlich an der Höhe, so... Ich geh jetzt mal wieder hoch und hol was zu lassen! Ich glaub, es sieht echt ultra-beschissen aus, das Ding! Sorry, ja! Macht Spaß! Wird's gern von außen sehen! Klatsch, sowohl! Nein, ich komm nicht hoch! Doch, Glück hat noch! Sah auf jeden Fall spannend aus! Oh! Abgestürzt! Okay, wie hoch soll ich denn das jetzt noch bauen, Mario? Liebst du noch? Ja, bis es dann, ähm... Oh, bis es ebenerdig wird, quasi! Ja, ist ebenerdig! Danach machen wir wieder Spaß mit Falltüren! Was ist das denn? Ha! Oh nein! Oh Gott, das ist so makaber! Ja, schön, ja! Es kommt hin! Alter, ist das ein Palast oder was? Also... Ja! Nicht gerade schön, aber es ist ein Palast, also... Das heißt nicht, dass jeder Palast fühlt! Ich würd' dich jetzt so gerne da runterschubsen! Chef, das mach' mal nicht, du! Gott! Scheiße! Oh, ich kann wieder abreißen, das ist gut! Endlich! Warte mal, lass' mal die Höhe! Lass' mal die Höhe! Ja, ich hab' auch nicht vor, mehr zu machen, da! Jetzt kommt die andere Seite noch, ne? Ähm, ich hab' allerdings noch... Ja, sag' mal, wieviel Blöcke hast denn du? Ich bettel hier seit ne halben Stunde um, dass ich mal 10, 20 Blöcke krieg' und der... Ey, du hast mich nicht gefragt, Chef! Chef! Du hast mich nicht gefragt! Nein! Oh, boah, das war eng, dass ich die Treppe noch erwischt habe! Das ist doch schein... Ey, ey, ey... Das sah so zuversichtlich aus! Ohne Witz, ne? Diese Treppe sieht irgendwie... Ihr wisst schon, dass die über die Wand rüber geht, ne? Ja, die ist ja auch nur provisorisch! Ja, ich glaub' aber... Ich wollte ja nur Schicks essen! Schicksalben! Komm' nicht voran! Soll' ich da jetzt Fenster bauen, oder nicht? Keine Ahnung, denn das bauen, was du willst! Gut, okay! Brauch' mal, was ich... Bau' mal, was ich will, Chef! Gut! Mach' mal, mein Geselle! Du weißt aber schon, dass ich im ersten Lehrjahr bin, ne? Sag' mal, ich schweb' Blöcke! Jetzt sind's... Mach' sie sich Blöcke, zieht sie sich alle ins Inventar und rennt eiskalt! Ich schrubst dich jetzt da runter und looted dein Kadaver! Chef, du hast deine Lehrlinge nicht unter Kontrolle! Aber wir haben jetzt ein Problem, weil... Ich glaube, die... die Dinger reichen nicht mehr dafür... Hallo? Wo seid ihr denn? Oh, ne... Dog Spirits, guide my power! So, 5 Euro, wenn einer den anderen runterschmeißt! Das wär' was für die Kamera! Tanzen geht das nicht! Ich geh' weg, Sarah, dafür geht alles! Loll! Nein! So, also... Ich hol' mir jetzt mein eigenes Clay! Da raf' der jetzt davon! Ja, er hol' sich Clay! Ich hab's hofft! Hau' mal lieber diese scheiß Treppe da weg, da, ey! Diese Treppe, die geht jetzt ja mittlerweile mir schon ein bisschen auf den Sack, also... Darf' ich! Können wir das generell vielleicht noch abbauen? Nein, können wir nicht! Ja, irgendwie muss die Treppe aber bis ganz nach oben gehen! Ja, aber so geht die nicht nach ganz nach oben! Das kannst du so nicht bringen! Das sieht doch einfach... Ich weiß nicht, irgendwie... Nein! Einfach nein! Oh, ich kann Blöcke abbauen, Leute! Lass uns doch diese komische scheiß Treppe da in der Mitte nehmen! Also, ich kann jetzt hier nicht mehr weitermachen, ne? Wollte ich hier nur mal kurz anmerken! Weil? Moment mal, ich mach' jetzt mal nen epischen Jump! Leute, irgendwer hat da nen komischen Block hingesetzt, der ist nicht von mir! Wo denn? Oh, das war bestimmt ein Miner! Hier! Nen komischen Block? Was ist denn ein? Kein Clay oder was? Doch schon, aber er ist unpassend! Ja, das war... Makai war das, genau den da! Was? Leute, die Treppe ist wieder frei! Echt? Konntest du mir wieder abweißen jetzt? Ja! Gut, dann sei mal so lieb und gib mir fucking Blöcke! Eher hinter dir! Warte mal... Kannst du den... Oh, die kann nicht abbauen! Oh! Toll! Wie viel Clay brauchen wir eigentlich noch? Es wird noch sehr, sehr viel sein, ne? Ich hab' keine Ahnung! Ich bettel seit zwei Folgen um ein paar Blöcke! Warte, jetzt kriegst du welche! Oh, dann steh' mir nicht im Weg! So! Ähm! 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 Wir werden das jetzt wohl sein, so zwölf! Ey! Ich hab' wieder Blöcke! Ich hab' die Wandstube gebaut! Warte! What the fuck! Ich brauch' jetzt auch Clay! Scheiße! Ich hab' nichts mehr! Hat jemand noch Clay? Hey! Hammelt euch euren Clay mal selbst, Leute! Oh Mann! So ein, zwei Blöcke hab' ich noch! Hoch ist die Mauer hoch! Sag mal! Du hast so jetzt hier bestimmt 500 Blöcke Clay ver- 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 verbaut! Ne, er hatte nur 300 gekriegt! Und die haben die genutzt! Ich glaub' ich hab' 500, oder? Nein! Ich weiß, ich weiß es nicht! Keine Ahnung! Es waren auf jeden Fall einige! Also ich finde, von hier sieht's halt schon ziemlich cool aus! Außer, dass wir irgendwo ein drinnen Loch haben! Ich will dieses Loch schnupfen, Leute! Oh, ich hab' auch nichts zum abbauen, ey! Aua! Doch einen Block kann ich dir geben zum abbauen, weil hier stört was! Von dir! Äh! Ein Block zum abbauen, ja! Ja, dieser eine, der stört schon, ja! Aua, das dauert aber hier! Ich hab' mir auch ne Mission gemacht! Beobachte dich hart! Ein Mission! Loch! Stopfen! Wo ist es denn? Oh, es ist schon hier! Oh, ich komm' da grad nicht hin! Oh, wenn ich es könnte, ich würde dir die Blöcke unter dem Arsch abreißen! Ich weiß! Deshalb bin ich sehr froh, dass du es nicht kannst! Das ist zu, Leute! Wie ist es zu? Das ist... Hä? Das Loch ist eine in der Wand! Ach so, okay! Ja, jetzt brauchen wir ja nur noch... Ne Plattform! Nochmal so ein, zwei Plattformen! Ja gut, lass uns erstmal eine machen, ne? Und dann... Gucken wir mal weiter, ne? Ähm... Ja, ich versuch' mal noch weiter, eine Treppe zu ziehen! Hat einer irgendwas zum abbauen, was ein bisschen schneller abbaut? Was abbaut? Was abbauen? Das schneller abbauen? Oh, wir haben ja hier Stein! Ähm... Macht das was aus, wenn ich... Denn... Ich... Ach so, ja, mach was aus! Okay! Iiiiih! Okay! Mach' ich! Ähm... Mario! I need steak! Please! Ich glaub' der Werwolf kommt gleich wieder, oder? Ich bin nämlich grad am Clay abbauen! 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 Ja, das ist mir auch schon klar! Aber ich bin jetzt hier nur grad am Clay abbauen! Und das wäre ein bisschen mies, wenn ja! Da ist er schon wieder! Mh... Perfekt! Mahlzeit! Dann hast du vielleicht Wasser! Okay, Wasser hab' ich auch nicht mehr so viel! Warte, ich guck' mal, wie weit ich komme! Oh! Du hast Wasser! Ja! Aber ich hab' ich Wasser! Für die... Für die edle Gabe! Ja! Wir rechnen uns später! Dauer, Dauer, ja! Oh, wo kommt das jetzt her? Und was wärst du? Ich glaube, so bauen es... ist... ist... Ich hab' das noch nicht so berechnet hier! Du musst eins weiter nach... Oh, schubst mich! So, ich guck' mir das noch mal kurz an hier, was ihr jetzt fabriziert! Du musst das ganze Eis dann nach rechts! Scheine ziemlich lustig zu sein! Nach rechts! Oh! Ne, muss ich nicht! Ne, muss ich nicht! Komplett eins weiter nach rechts! Ne, muss ich! Ne, muss ich nicht! Ne, muss ich nicht! Jetzt muss ich sagen, ja! Rothof jetzt auch nicht! Aber... Ja, sagen wir mal so, es geht schon, ne? Ist ganz nett geworden, oder? Ganz nett! Ja! Passt doch gar nicht mal so schlecht zu unserem Haus, oder? Ich sag's mal so, für unsere beschreiten Fähigkeiten... Es ist bis jetzt unser größtes Gebäude! Ja! Und vor allem das erste, an dem wir mal gemeinsam arbeiten! Und wir haben... Wir haben den Ofen, also Leute! Was wollt ihr? Meinst du den Kamin? Ja! Ja! Der ist doch cool! Ist mal wirklich! Unschuldig! Scheiß! Kannst 22 Clay-Blöcke machen, ey! Das ist... Grandios! Leute, also es müssten hier genau zwei Blöcke entfernt werden, und ich weiß nicht von wem sie sind! Ja, ich wette mit euch, das sind meine jetzt mittlerweile! Ich komme runter, ich entferne die mal schnell! Wenn du mir kurz sagst, welche das sein sollen... Mhm! Ach du scha... Alter, boah, ich wäre fast die Treppe runtergefallen wieder! Es gibt leider kein Geländer! Stoppst mich jetzt hier nicht! Ja, dann lass mich doch mal durch hier! Geh an der Seite runter! So, okay, also... Welche dürfen entfernen wir? Diese beiden hier, ne? Also einmal der da! Nein! Der da! Ah, okay, gut! Guck ich mal! Ist das yours? Ja! Ja! Und mal, ähm... Ne! Nein! Nein! Ah, der! Ich weiß welchen du meinst, ja! Hinter da! Scheffe, bist du auf der Fresse geflogen? So... Ich... Okay, noch einen! Oder... Nein! Äh... Warum haben wir da ein Loch? Weil ich Profi bin! Weil ich Profi bin! Weil ich Profi bin! Ah! Das wollen wir schnell wieder zubauen, ne? Du hast mich fast reingeschubst! Ja, Mario, kommst du noch raus? Ne! Du? Ich bin... noch dr... noch draußen! So halb auf jeden Fall! Geh mal hoch! Soll ich jetzt das mal... ähm... wieder aufmachen? Ne! Lass zu! Ähm... Ich kann's auch nicht aufmachen! Ähm... Die... Die Treppe da so ist, ähm... Weg! Ja, Ash war gerade dabei, diese Treppe neu zu bauen! Wir kommen nicht mehr raus! Oh! Warte mal, vielleicht geht's von hier noch! Ne! Warte mal... Oh, oh, oh! Moment! Gucken wir hier nochmal! Na... Doch, kommen wir! Oder? Ja! Oh! Ja, genau! Ich bin wieder draußen! Ich noch nicht! Ich brauche jetzt erstmal Clay! Und in diesem Sinne, Leute! Das Ding steht immer noch nicht! Es sieht immer noch beschissen aus! Es ist alles beim Alten geblieben! Wir machen aber schon... Nein! Boah! Ich wäre fast runtergefallen, dass wir auch wieder lustig gewesen wären! Jut, Leute! Dann bis zum nächsten Mal, ne? Jo! Tschö! Tschö! guh! Jetzt mit mir vieleninos!